Freunde des Sports, hier sind die Jungs vom Straßensport.de Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr uns für die Korbjäger-Aktion ausgewählt habt und können den Seawolfs an dieser Stelle nur sagen, Jungs, haut die Bälle in den Korb. Wir können jeden Euro gebrauchen, das wäre super, super nice. Und um euch ein bisschen zu motivieren, zeigen wir euch, wie wir das bei uns im Gym regeln. Mit einem kleinen 4 Kilo Ball. Huuu! Huuu! Huuu!